Hey und alles, wer ist da draußen und willkommen beim Easter Egg Tutorial in Die Rise und jetzt kommt der letzte Schritt vom Richthofen Easter Egg. Er ist wie der Schritt vom Maxis Easter Egg und ich habe hier schon den Ostpfosten angehittet, deswegen zeige ich nur noch die anderen drei. Und dann ist auch dieses Easter Egg von Richthofen fertig und man bekommt auch dafür den Erfolg. Hohe Wartungsarbeiten und wie gesagt, ich mache nochmal das Majong Stein Tutorial in die Beschreibung und natürlich auch als Anmerkung im Video und ja, in den nächsten Tagen dürfte dann das komplette, kompakte Video von dem Richthofen Easter Egg und von dem Maxis Easter Egg folgen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und man sieht sich hier im nächsten Video.